Hey meine lieben Freunde, willkommen zurück zu einem neuen Part von One Piece Unlimited Cruiser, der Schatz unter den Wellen. Und ich habe so ein bisschen jetzt, ein bisschen rumgewurschtelt und ein bisschen rumgeguckt hier. Auf jeden Fall können wir jetzt einiges herstellen. Ich habe ja gesagt, dass ich ein bisschen so farmen werde, aber ich konnte keine Faustkrebse mehr fangen. Die wollten nicht mehr. Ja, hier ist es auf jeden Fall so, dass es auf jeden Fall sehr viel SP auf jeden Fall bringt. Und ja, ich habe keine Ahnung. Ähm, ich werde auf jeden Fall Sanji nehmen, weil 20 ist schon hart. Oh, Kochkunst. Nice. Und hier können wir zumindest sechsmal hier. Da hat jeder was davon. Yummy. Da komme ich gleich Hunger. So. Ähm. Ich mag Chopper zu gerne. Chipili. Ah, ich habe Bittergras vergessen. Ich bin so dumm. Egal, kriegen wir noch so auf der Insel und sowas. Das ist nicht allzu schlimm. Oh, stimmt. Angel Upgrade. Ich habe noch eine Bambusbrusse gekriegt. Oder war das sogar mit im Part? Ich glaube schon. Ich habe keine Ahnung. Und ja, wirft weiter aus und reduziert Anzahl entkommender Fische. Das ist schön. Und direkt mal hier wieder. Und das können wir jetzt immer und immer weitermachen. Deswegen, das werde ich einfach auf Screen farmen. Können wir jetzt mal zeigen, wie das jetzt aussieht. So sieht das aus. Ihr seht, jetzt habe ich schon ein bisschen mehr. Und das ist nice. Werde ich auf jeden Fall, ja, alles farmen. So, jetzt wollen wir nicht so viel drumherum reden. Jetzt wollen wir nicht mal Segel setzen. Und zwar zur Eisberginsel. Sieht zumindest sehr geil aus. Ich habe gehört, ist von Nina Marie die Lieblingsinsel, glaube ich, war es. Die dritte Insel. Die ist auch schön, obwohl da manchmal... Es sehen wir ja. Aber es ist natürlich schön mit Schnee und so. Beeil dich und es ist auf, damit ich aufräumen kann. Aber ich habe jetzt keinen Hunger. Ich bin müde. Ey, könnt ihr beide mal aufhören? Sanji und Sohro streiten sich schon wieder. Wahrscheinlich Calciummangel. Seht, wie ruhig ich bin. Ich bin quasi reines Calcium. Jo, kleiner Skelettwitz für euch. Aber mit den Streitereien haben sie ja nicht erst angefangen. Sie waren schon immer so. Aber als sie mich beschützten, haben sie gemeinsam agiert. Warum? Was meint ihr? Warum? Die Antwort liegt doch auf der Hand. Tut sie? Warum also? Weil sie beide einer von uns sind. Einer von uns? Ja, sie streiten. Aber bei Gefahr haben sie die gleiche Denkweise. Das ist, was ein Team ausmacht. Sie haben ganz sicher nicht die gleiche Denkweise. Siehst du, wie du sagtest, Gabri? Sie haben doch einiges gemeinsam. Teil des Teams, ja, hört sich toll an. Ich möchte auch Freunde haben und Teil des Teams sein. Hä? Was zum Teufel redest du da? Ist es denn falsch, Freunde haben zu wollen? Aber du bist doch schon einer von uns. Ich bin schon einer von euch? Na, oder streitest du es ab? Ich bin einer von euch. Raffi ist mein Freund. Ihr seid alle meine Freunde. Das ist toll, Gabri. Ähm. Weißt du, du bist der Unterste in der... Ah, Ordnung. Also, mach besser, was wir sagen. Du darfst auch Teil des Teams werden, Lizab. Ich bin schon ein Teil des Teams. Ah, das ist zu lustig. Das kann ja was werden. Wir wollen mal direkt auf die Insel. Auf jeden Fall kann ich euch sagen, wenn ich außen bin, also draußen auf der Insel, dann darf ich nicht so viel rennen. Werde ich euch gleich zeigen, warum. Warum? Aber ja, hier ist die Musik sehr toll. Jetzt kann ich mich ja wieder an einen Schatz erinnern. Direkt Schatzkarten sammeln. Wow, hier ist alles mit Eis bedeckt. Eine Eisinsel. Boah, ist das kalt. Zerhacktes Wassereis, so viel man essen kann. Sanji, mach uns so ein Wassereis. Sowas Bescheuertes. Aber gut, deine Arbeit ist gefragt, dreckiger Schwertkämpfer. Mein Schwert ist nicht dazu da, um sowas zu zerhacken. Bitte sehr, so viel Piratenwasser Eis, wie du essen kannst. Seht ihr, Sanji und Sori arbeiten zusammen, als ob sie eine Einheit wären. Kommt schon, Gabriel Chopper. Lass uns essen. Okay. Ehm, Moment mal. Was habt ihr erwartet? Habt ihr denn überhaupt keinen gesunden Menschenverstand? Habt ihr auch solche Kopfschmerzen wie ich? Ich bin einer von euch. Ganz genau, du bist einer von uns. Einer von uns? Mir ist kalt. Jetzt hat er es erst kapiert. Ich liebe das. Es ist so geil. Zu dieser Eiseskälte auch noch dieser starke Wind, das ist ja kaum auszuhalten. Stimmt, wenn wir wenigstens was gegen den Wind tun könnten, wäre es nur halb so schlimm. Wenn wir in diese Eisbeck gehen könnten, würde es den Windfaktor eliminieren. Was? Dann lasst uns gehen. Diese Kälte halte ich keine weitere Sekunde mehr aus. Unerforschte Eisregion. Unerforschte Eisregion. Auf jeden Fall, wenn ich jetzt hier sprinte, die SP unten füllt sich nicht auf. Nur wenn ich halt im Warmen bin, sag ich mal so. Halt vom Wind nicht mehr da. So, ich werde trotzdem jetzt aber mal. Kommt mal hier runter. Das sind so die nervigsten Gegner. Seht ihr unten? Die füllt sich nicht auf und das ist schon blöd. So, aber die Gegner können mich mal am... Ich bin ausgewichen. Das finde ich natürlich geil hier. Ha, voll ins Face. Man kann nämlich Heilkapseln von den Clown. Das ist geil. So, komm mal her. Eiszapfenmechse. Menschen eignen sich nicht für Kälte so ohne Fell. Ich stelle was zum Schutz gegen Kälte her. Ich weiß aber nicht, wie man das auftragen soll oder so. Ich check das nie. Oh. Ich brauche Rumble Balls. Ich kriege ihn nicht richtig hinzu, aber mit Ersatz. Ja, ich bin Rumble Ball. Oh, aber ich glaube, den kann ich nicht machen. Ich gucke das auf jeden Fall nach, ob ich das machen kann. Ich meine, ich wollte noch Piratenwasser-Eis, was wir gerade hatten. Diese süße Flüssigkeit brauchen wir noch. Ich weiß nicht mehr... Aua. Aua. Du bist so ein kleiner, dieser Arsch. Haha. Idiot. So geil. Aua. Geht mal weg da. Stimmt, ich habe was vergessen. Ich habe vergessen, hier mal nachts zum Lager zu gehen. Ich bin so dumm. Jetzt habe ich hier so viel Müll. Egal. Ich muss so oder so und glaube ich nochmal wieder aufs Schiff oder so. Deswegen macht das nichts. Autsch. Das war so dumm. Mann, ihr geht mir auf den Sack. Oh. Nice. Gibt es hier nicht noch irgendwie was? Nö. Könnt ihr mal weggehen? Geht mal weg da. Genau. Verpisst euch mal. Gibt es hier nicht irgendwie... Maybe. Not. Was ist das? Achso, das ist dasselbe. So. Oh. Da könnte eventuell ein Schatz drin sein. Dieser Stelle da. Nein. Ein bisschen weiter. Ja, passt. Nice. Will ich haben. Gib her. Wie ist so ein Schatz oder so drin? Das wird ziemlich geil. Komm her. Na los. Yay. Und was ist da drin? Pures Eisen jetzt. Wow. Ernsthaft? Nicht dein Ernst jetzt, ne? Das war so klar. Ich glaube, hier gibt es auch diese komischen Muscheln, glaube ich. Ja, okay. Die Qualen brauche ich eigentlich gesagt null. Ja, die meisten Fische und die besten Fische, die kriegen wir natürlich erst bei weitem. Also werde ich das noch farmen müssen. Du Eischerbe kannst mich mal. Also ich werde jetzt keine Ausdauerkapseln oder so mehr herstellen, weil die kann ich einfach klauen. Autsch. Seid solche Ärsche, ne? Seid solche richtige harte Ärsche. Soll ich keinen jetzt mal eine einsetzen? Bevor ich hier komplett abkratze? Da kommt doch noch welche, oder nicht? Das stinkt. Das stinkt hier hart nach Gegner. Oh. Das ist, glaube ich, den Schatz, den ich meinte. Geil. Los, gebt eure Kapseln. Ihr Noobs. Tschüss. Ich muss jetzt weg hier. Das ist schon wieder so eine Eiszapfen-Echse. Hier gibt es auch noch irgendwo so einen Pinguin, glaube ich. Die auch immer ein goldenes Ei, wenn man richtig fängt und so, droppen lässt. Meistens. Nicht immer der Fall, aber meistens. So, hier sind gleich... Er war klar. Ihr Penner! Ihr seid solche Penner. Kommt mal da weg da. Ich brauche das hier. Geht mal weg. Weg. Zu viele Items. Zu viele Items. Zu viele Items. Zu viele Items. Leck mich. Ich brauche auch das ja eigentlich gar nicht. Ich werfe das jetzt mal weg. Tschüss. Zu viel Müll. Den brauche ich eigentlich auch nicht mehr. So. Ja, die rote Kugel kann ich auch nicht... Ja, ich muss unbedingt wieder eine Mission finden. Nämlich erstmal, dass ich das alles wieder einsetzen kann. Also, ich habe irgendwie voll viele Items. Ähm. Da kommen eigentlich immer welche. Ja. Da kommen welche. Toll. Ah, Chopper, wir werden von Piraten angegriffen. Keine Sorge, Gabri. Ich kümmere mich um sie. Bevor du das tust, Chopper. Will ich noch immer eben hier so ein bisschen... versuchen zu klauen, maybe. Nice. So. Ja. Ich nehme mal ein bisschen Chopper da. Weil Chopper ist einfach nice. Der kann irgendwie alles abschnetzeln. Oh, die halten so viel aus. Die halten so viel aus, Alter. Und diese Attacke ist schon sehr stark. Gott. In die Fresse. Gebt mir alle eure Heilkapseln. Brauche ich alle nicht herstellen. Das ist voll chillig. Sterb. Sterbt. Sterb da. Immer die, die sich immer direkt verpissen. Die halten zu viel aus, eindeutig. Wow, Chopper, du warst der Hammer. Tja. Ey, wisst ihr, Komplimente machen mich nicht glücklich. Ich finde das so geil. Der kann keine Komplimente ab. Das ist immer so lustig. So, bitte. Gebt mir Bittergras. Die brauche ich nämlich. Hm. Das ist so eine Abkürzung. Hier könnten wir bestimmt raufklettern, wenn wir eine Leiter hätten. Ich baue später eine. Ja, natürlich, Bambus. Das war so klar. Ich meine, das ist scheiß Bambus. Das werde ich halt immer alles später sammeln und so. Weg da. Die Penner. Da schon wieder. Seht ihr das im Hintergrund? Ich frage mich, was das für Leute sind. Das ist, glaube ich, irgendwie so ein Easter Egg oder so. Das ist total lustig. Findest du geil, ne? Findest du geil, ne? Ich muss Nami wiederhaben. Ich brauche Nami. Weil, äh, wegen Clown und so. Weil, brauchen, tun. So. Wir müssen auffüllen, so. Hier unten, äh, müssen wir eigentlich noch nicht hin, weil da kommen wir eh nicht weiter. Deswegen ist das eigentlich erst mal uns egal. Da können wir später hin. Wo auch, glaube ich, ein Schatz ist. Später. Mann. Ich hasse das. Dafür kriege ich eine Ausdauerkapsel für eure Penner. So, die kann man ja auch immer gut gebrauchen. So, hier kriegen wir das, was wir brauchen. Aus Eis. Ja, wir brauchen diese Creme und dann... Vitalität spendende Flüssigkeit. Ich glaube, das war Ausdauertrank oder so. Ich brauche die Punkte jetzt. Ich brauche Grün. Nein, ich will aber nicht, ich will aber nicht meinen Bamm. Okay, komm. Verschwenden wir es einfach. Das brauche ich auch nicht mehr. Scheiß Quallen, ey. Die gehen mir auf den Sack. Nein, das will ich nicht verschwenden. Die brauchen... Die... Das ist alles doof, Mann. Ich glaube, wir brauchen nur drei, ne? Ne, wir brauchen... Was? Wir brauchen sechs. Ernsthaft jetzt? Ist der Ernst jetzt? Hallo? Das ist natürlich blöd. Das hier ist mit der Abkürzung gemeint. Hier ist halt das, wo wir eine Leiter bauen sollen. Hier müssen wir halt nicht ganz außen rum gehen. Ja. Soweit sind wir zumindest auf dieser Insel gekommen. Ja. Den Rest muss ich halt wieder vorumfarmen und so. Da-dam. Gebt mir Ausdauerkapseln. Ihr Nudeln. Gebt mir Kapseln. Warte, ihr müsst sterben. Ihr müsst jetzt mal kurz sterben. Mann, ich brauche, glaube ich, noch zwei für Ruffy, glaube ich. Ja, ich bin wieder da. Ah, ist so nice. Was brauche ich dafür? Die Sprinten und ah, die Axt. Okay. Komm mal hier weiter her. Komm doch mal weiter her, du Spaß. Hallo. Ich will da nicht, dass... Den Pinguin da... Okay, er ist schon so gestorben. So, jetzt nicht verkacken. Ich will das Ding nämlich haben. Das reicht doch, oder? Okay, ich wollte eigentlich nach oben schütteln, aber gut, dann eben so. Yay, fliegender Pinguin. Ja, sowas gibt es. Hier schon. Hier haben wir jetzt diesen Schnee-Rettich, den wir auch brauchen. Aber jetzt können wir hier nicht weitermachen. Das kotzt mich ein bisschen an. Kann ich hier runterspringen schon? Ich denke schon. So eine Abkürzung einfach mal. Mhm. 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 Ach ja. Auf jeden Fall auch eine sehr schöne Insel. Muss ich sagen. Die gefällt mir auch. Nur halt, das mit dem SP ist halt ein bisschen blöd. So. Ähm. Ich kann die... Ja, wie gesagt, hier brauche ich Level 3. Und ich glaube, Level 3 kriege ich nicht. Äh. Das ist so mies. Auf jeden Fall. Was brauche ich denn da überhaupt für? Status. Chopper. Was brauchst du denn dafür? Ich glaube... Erste Hilfe. Was ist denn das? 3 Hype Kapseln herstellen. 2... Okay, habe ich. 2 Ausdauerkapseln herstellen. Muss das, glaube ich, sein, ne? 2 Mal Ausdauerkapsel. Ja, gut. Ich glaube, eine habe ich schon mal hergestellt, glaube ich. Ähm. Ist zu ätzend. Ich stelle mal noch eine her. Und dann gucke ich mal. Achso, ich muss noch eine. Ja, gut. So. Kunst der Medikamentenmischung. Jesus. Okay. Jetzt kann ich erstmal alles hier voll... Oh Gott. Stimmt, Sirup brauchen wir. Für was ganz Bestimmtes. Na komm, machen wir einfach mal in die Alte-Tasche. Dann können wir was für Chopper nämlich schön machen. Irgendwas richtig gut. Was ist das? Hm, das ist... Hey, ich habe eine Idee. Das können wir als Köder benutzen, um Tiere zu fangen. Aber dann brauchen wir auch was, um sie einzufangen, sobald wir sie angelockt haben. Jetzt können wir nämlich hier Fallen machen. Und auch diesen Pseudo-Kirschkuchen. Sag dir, wir kriegen alles später und immer wieder. Das ist doch sehr schön, oder? Ich glaube, wir brauchen das hier. Für die, ähm, für die Missionen, glaube ich. Denk schon. Aber ich brauche mindestens... Ich brauche Level 3, ey. Was brauche ich denn dafür? Das ist diese Mischung, ne? Ach, jetzt bin ich schon wieder weggegangen. Das ist teilweise so ätzend. Chopper, was brauchst du jetzt? Medikamentenmischung ist das, ne? Zweimal Heiltrank herstellen und zweimal Ausdauertrank herstellen. Ja gut. Da kriegen wir ja hin. Da kriegen wir ja hin. Der Part ist jetzt extra in Überlänge, aber das macht ja nichts. Das freut euch ganz bestimmt. So, einen hatte ich schon hergestellt. War das jetzt zweimal oder dreimal? Ich habe keine Ahnung. Ich habe nicht gelesen. Nicht so wirklich. Ich habe ernsthaft nicht gelesen. Ich sollte mich schämen. Ich soll mich so hart schämen, ey. Ey, habe ich doch. Ich habe doch jetzt einen Heiltrank hergestellt und einen Ausdauertrank. Warte, bin ich jetzt vollkommen banane. Was? Bin ich dumm? Ich bin dumm, oder? Doch, habe ich doch. Ich habe einen Heiltrank hergestellt und einen Ausdauertrank. Dann erstelle ich nochmal einen Ausdauertrank. Bin ich doof? Ah, jetzt! So, jetzt können wir diese komische Creme... So, bitte. Hoffentlich kann ich auch Level 3 machen. Bitte, das wäre so geil. Sag mir das. Ähm. Hey, ich habe es geschafft. Was hast du geschafft, Rentier-Gorilla? Wenn man das auf den Körper streicht, wird einem nicht mehr kalt. Perfekt für kalte Orte. Rentier-Gorilla. Alles klar, jetzt bin ich ja schon wieder weggegangen. Ich weiß, es tut mir leid. Aber, ja, bitte. Bitte. Was brauche ich dafür? Ich kann ernsthaft das machen. Ich kriege doch einen Rumble Ball. Glaube ich. Nice. Nice. Das wird dann so easy. Dann kann ich alle weg... Dann kann ich alle wegmachen, ey. Wie geil. Wie kriege ich diese Scheiße? Wie kriege ich das? Das ist mir egal, ob der Part jetzt Überlänge ist. Und die juckt mich nicht. Was brauche ich dafür? Ich brauche diese komischen Dr. Hornissen. Okay, die werde ich gleich farmen. Bis zum geht nicht mehr. Okay, zwei Stück halt. Was war das andere? Nochmal diese Scheiße, ne? Okay. Ihr weiß nicht, was ich gleich alles farmen werde, Freunde. Das heißt, ihr kriegt doch meinen Rumble Ball. Yay. Ich freue mich. Ja. Und damit sage ich, hoffentlich hat euch dieser Überlängen-Part gefallen. Und damit sage ich, vielen Dank für's Zuschauen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal von One Piece Animatical Science. Der Schatz unter den Wellen. Bis gleich. Äh, bis bald. Bis gleich. Ja.